Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Runde, also einem neuen Game, nämlich die Sanders, die viele Leute kennen dieses Spiel, fährt man mit dem Fahrrad die Trails runter und ja, ich habe hier das Spiel geholt vor, keine Ahnung, paar Monaten und ja, jetzt spielen wir das bisschen, wir fangen an hier mit dem Slopestyle Trail. Wir fahren jede Line, einmal, also jede vierte Line, einmal die normale, Downhill, Slopestyle, Big Line und so. Fahren wir jede einmal, sagen unser Fazit zu der Line, ah, und here we go. Okay, äh, ja, nächste Line, also das war jetzt die Slopestyle Line, und jetzt fahren wir hier diese Line, die hier mit einem fetten Sprung anfängt. Ja, okay. Ah, die fangen wir nochmal. Boom, 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 hier, hier runter, eher mal, ja, bisschen langsamer. Okay, jetzt hier die Steine, okay, let's go. Ich glaube, hier fährt man nicht lang, nein, hier fährt man nicht lang. Okay, jetzt sind wir wieder hier auf den Trail. Ah, Hilfe. Okay, besser. Ah, 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 ah. Okay, okay, wir machen jetzt hier diese Mini-Rail. Oh mein Gott. Okay. Äh, das war die nächste Line. Und jetzt Stoker Down. Und, äh, wir fahren jede Line einmal, und dann fahren wir jede Line einmal mit Tricks. Und, ja, also wir fahren jetzt jede Line einmal ohne Tricks, ganz normal, und dann fahren wir jede Line mit Tricks. Das ist ein bisschen cooler für euch ist und auch für mich. Und, ja. Und, wie ihr natürlich wisst, ich fahre selber Fahrrad, äh, ja, sieht man, glaube ich, an meinen Videos. Aber, ja, ich hab, äh, Bock. Ich hab Bock, das Game zu zocken und dann zocken wir das jetzt. Okay, das ist jetzt hier die, äh, fette Mega Line. Okay, ja. Ja, okay, und jetzt, äh, fahren wir alle Lines nochmal mit Tricks. Bisschen und, äh, ja, Chip. Ja, beste Leben. Und, let's go. Tag, okay. Der Sprung ist nicht so. Wir fangen jetzt an, äh, Frontflip Drop. Suicide No Hand, äh, Tag No Hand, da beim Ersten. Und, ja, keine Ahnung, gar nichts beim Zweiten und beim Dritten. Manual, äh, Willy. Boom. Bisschen Bremsen. Ah, okay. Und jetzt fahren wir einfach bis hin hier die White Plush Map. Die ist eigentlich ganz geil, weil, keine Ahnung. Die ist eigentlich ganz geil, äh, weil, ich bin hierherum. Ja, habe ich sogar gelandet. Ne, Map, äh, also, die Line ist megageil eigentlich. Okay. Weil die Map ist auch mit dem, äh, Hardtail Bike richtig clean. Und, ja, weil, ich fahre Hardtail gerne. Hier in dem Game, auch in Real Life. Weil Hardtail einfach geil ist. Okay, Downhill ist auch geil oder so. Aber Hardtail ist auch geil. Also Downhill fahren. Downhill und, äh, das ganze Endurozeug. Das ist natürlich auch geil. Aber ich fahre halt Hardtail. Weil Hardtail feiere ich einfach mehr. Und ich fahre halt auch mehr. Warum kann Hardtail ein Teil mit dem machen? Und den ganzen Blödsinn. Okay, nice. Und lass dein Like und ein Abo schon mal da. Dann gibt's mehr die Senators Videos. Und, äh, siehst du aus, als würden wir durchkommen? Und, äh, siehst du aus. Und, äh, siehst du aus. Ich werde nicht nur die Map spielen, ich werde auch andere Maps spielen. Wie die neue Jump City Map und etc. Schätzt jetzt nicht nur die Map, weil es wäre auch langweilig für euch und für mich auch, wenn ich die ganze Zeit dieselbe spiele. Und, äh, ich glaube, wir kommen jetzt hier das erste Mal durch. Oder nicht, ich weiß es nicht. Und hier nochmal ein Step up. Okay, ja, wir sind durchgekommen. Und jetzt, äh, sehen wir uns in der nächsten Map. Zack. Wir spielen nämlich jetzt, ähm, wo ist er, wo ist sie? Wir spielen nämlich, äh, wo ist sie? Hier, äh, Kutschmuck viermal Park. Ich muss doch irgendwie auf die, äh, zehn Minuten kommen. Ja. Und, ja, let's go. Und ich hab, äh, ich spiel die Map ja nicht zum ersten Mal. Und da habe ich gesehen, äh, da hinten ist ein, äh, kleiner Drop, aber feiner Drop. Und, äh, da fahren wir jetzt mal hin. Äh. So, dann respawnen wir hier mal. Und, äh, fahren den Drop hier. Also den Sprung eher gesagt, weil... Also ein kleiner Drop mit einem, äh, ja, sehr kleinen Sprung. Äh, ja, und wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit hinfliegen würde, könnte ich euch zeigen, wie krass heftig der Sprung ist. Also da, keine Ahnung, da fliegt man meterweit. Und kann halt auch richtig geil hinfliegen. Und jetzt, äh, gehen wir mal hier hinten, hinten, hinten. Äh, schauen wir, ob wir noch zu dem Park kommen, zu dem, äh, Dirt Park. Weil der ist mega hammergeil. Äh, Hilfe, äh, wupp. Tun hier kurz zurückfahren. Ähm, ich weiß, man fährt die Leine eigentlich andersrum, aber, ja. Ich muss irgendwie zum, äh, Dirt Park zurückkommen. Ah, da seht ihr schon ein bisschen was. In der Ecke. Hier oben, genau. Hier gibt's einen kleinen Dirt Park. Und wir fahren den Netzwerk, oh mein Gott. Ja, haha, das war es mal wieder komplett. Dann fahren wir halt bis zu noch die Leinen, äh, runter. Oder versuchen es zumindest. Ah, Hilfe. Hilfe. Okay, und, äh, ja, ah. Damit, würde ich sagen, ja, äh, das war's mit dem Video. Und hau da rein, Leute. Und, ciao. Leute!